Hallo ihr Lieben, willkommen zum Starlight Express, habt ihr auf der Tür. Wie geht's euch alle? Wie geht euch alle? Super, ich bin Rosalette, ich bin wie Deiner, der Speisewagen. Ich glaube wir haben auch zweiter Hallöchen, das sieht super aus, wow geil. Aber heute haben wir ein bisschen meine andere von den letzten Jahren. Wir machen heute ein Skateboard, machen wir bitte alle die Cast auf die Bühne kommen. Fantastisch, bitte gut aus mit allen! Also, lasst uns mal an, wo ist Meli? Andrew Miller ist unser Skate-Assisted, wo ist ihr denn? Hi, wie kommt man? Fangen wir an? Bist du fertig? Ja, so... Bist du fertig? So, seid ihr alle fertig? Ja! Ich kann es nicht hören, bleibt ihr bereit? Okay, Speedtaker, Kallerklapper, es wird jump-off, schnell weitererster! Schnell weitererster! Es kann ich zwar auch nicht, ja, so ist es? Ja! Ich bin sicher, ich bin noch nicht der Fall, ich bin nicht sicher! Wird es jetzt ganz schnell aber sehr cool. Okay, noch mehr Gabbau, Meli-Fly! Ich komme jetzt in den Millie. Toast! Und wie hast du das schon gespielt? Das ist seit 10 Jahren. Das war so ungefähr. Ungefähr, das ist unglaublich. Okay, jetzt bin ich mal mit dem Zupf. Ich bin jetzt mal mit dem Zupf. Ich bin jetzt mal ein Grisball. Schuhe, meine Lieblings-State. Stähle, die Tunnel, in die Pannik und in die Pannik. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Tricks und Drugs, Drugs und Drugs. Wir haben auch gute Tracks-Boys und wir haben Eddie und Joey und Jeremy alle drei zusammen. Und ich mache auch ein bisschen Tricks und alles was ich sage. Drei Winter-Boys und Oberbeer. Oh! Nein, Sherry! Das ist unser geile Sherry, unser Manga! Hallo! Er ist ein bisschen Schraubel, meine Freunde und ihre Lehrer. Was ich nicht schlau? Oh, das ist unser Leben. Wie ist das? Oh, Schlaubert, ich hab noch die Einbeeren. Ich hab noch nie mit dem Kopf geklekt, aber ich hab noch nicht in der Ke Marshmarshäule. Ich bin daher, wie ich da rauskriefe, und ich habe noch mal hier in die Geschmarshäule, und ich habe noch mal mehr, und ich habe noch mal vor des Schäules. Also das Wart oder ich bin hier im Alter drinste. Also das Wartorfer, die籬 ist, und ich habe noch mal even. fittingacke. Ich habe noch mal hier im Alter drinste. Ich habe noch mal vor, Okay, wir gehen jetzt bitte zum Wald und zum mate. Wir können uns starten von der stage left side, Daniel Halley. Check it out. Daniel Halley, das ist, was ist Dustin? Kannst du auch noch auf Dustin? Das ist schön! Gut! Jussi ist Daisy, er hat ein neues Spiel bei uns und er spielt alle Dinge, die uns am Röbe, aber Hover ist der Rockies, nicht der Humboldt, Daya, nein, das ist nicht richtig. Es ist ein Röbe. Alright, let's do some steeplechecks, we'll start up in the cataclyphalized direction, keeping this big ass here, free for the drinks. So, jetzt machen wir das immer in die Mitte, auf die Seite, es ist egal, was du machst, wie du willst. Tricks immer in die Mitte. Stimmt, oder? Yeah. Wo ist die Musik? Es kommt gleich. Oh yeah. Oh yeah. Schön. Oh yeah. Nice to meet you. Zumindest auf, weißt du dich mal was zu sehen. Zweite Jan, oder? Zweiter Vertrag. Das ist unser Flat Top, Darius. Alles klar. Er hat das vor ein Jahr nun geönt, das ist fantastisch. Es ist echt weich. Ey, wir müssen uns schon runterzuspielen. Oh, der Klingel, der Klingel, der Klingel. Die Klingel. Wo ist die Klingel? So, jetzt können wir gleich noch die Klingel holen auf die Bühne. Und weil wir machen das, ich möchte mich um unsere 3-Tags-Boys, bitte 2 Kinder von die Zuschauer abholen. Ich glaube wir haben eine kleine Geine hier. Oh, hello. Ich glaube du bist nicht mehr in die Show. Ein bisschen anders. Hallo hier, wie geht's? Hi. Guck mal, wir haben die gleiche Kostüme. Oh, hat ihr das selbst gemacht? Wow. Das ist super. Was ist Mama? Jeremy. Wunderbar. Mädels Tag, oder? Mädels Abend zusammen. Super. Ihr seht super aus. Das ist fantastisch. Viel Spaß, ja? Ciao. Hallo. Hallöchen. Wie heißt du? Emma. Hi. Hast du die Show schon gesehen? Noch nicht. Guckst du heute? Heute gar nicht. Nein. Nur, nur Tag, du öffn' die Tür. Schön, dass du da bist. High Five. Cool. Und wie gehen wir hier, Leute? Achst du? Hey, ich kenn dich. Hey. Na, wie geht's? Wow, du siehst auch fantastisch. So, wir legen alle die Kinder auf den Boden. Auf die Bühne. Ja. Und... Und... Bist du auch mitkommen? Bist du auch mitkommen? Bist du? Und die Chugs-Boys wird die Rennen schon tun. Ja, ich glaube, sie wird auch mit. Und dann haben wir zwei Leute von uns natürlich auf beiden Seiten. Dann wird jemand verletzt. Ja, deine Kaschung. Du siehst mal mit. Gut. Ihr, bitte, ja? So, bitte. Weil ich verlam'. Verlam' auf den Boden im Kopf. Auch klar? Ja? Bist du auch gerecht? Ja? Fertig? Alles gut, Gary? Gery? Gery, du bist nicht auf Deutsch, oder? Du wohnst auf Holland. Schön, jetzt kommt die Hand. Die erste ist Eddie. Oh, schön. Ich glaube, das ist viel zu einfach, oder? Was? Mehr und mehr Leute? Was glaubt ihr? Mehr Leute! Geht jetzt alles, alles wirklich knuschen, ja? Und? Aber wo haben wir unsere Pearl? Hier in den Mitteln. Oh, ja! Mit einem Big Ponytail. Wirklich flach auf den Fuß. Cool! Sie sind bereit! Ja! Klatschen! Und kommt die Aracini! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Super! Bitte an, dass ihr heute Tricks macht! Oh, ja! 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 Ich war's heute bei Tatjana in der Tür und wir sehen uns ganz bestimmt! Cheers! Danke, Rosie! Jeremy, jetzt hier der Joey! Fertig? Ja? Vielen Dank! Das war's für heute. Das war's. Das war's.